Hallo und recht herzlich willkommen liebe Daily News Freunde, mein Name ist Sirius und heute gibt es Themen wie Witcher 3, Assassin's Creed, GTA 5, Destiny, Last of Us, Skyrim, Elder Scrolls Online und was uns immer noch so einfallen wird. So, das ist ja die erste Daily News im neuen Jahre und ich werde versuchen das Ganze noch ein wenig professioneller zu gestalten, wie auch immer ich mir das so vorstellen werde. Falls ihr Ideen dazu haben solltet, wie man die Daily News nochmal ein bisschen auf Trab bringen kann, könnt ihr das gerne jetzt in die Videokommentare posten. Heute zur Feier des Tages trage ich das Koffel-T-Shirt so ein bisschen an Erinnerung in Richtung Florida, wo wir ja waren. Das ganze Teil kann man bestellen, wer da Bock drauf hat, unglaublich aber wahr, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Als erstes könnt ihr heute mal checken, ob euer PC in der Lage ist, Witcher 3 gescheit darzustellen, denn auf der offiziellen Facebook-Seite des Hexos wurden die minimalen und die empfohlenen Systemvoraussetzungen bekannt gegeben, die euer PC eben benötigen oder erfüllen muss, damit das Spiel halbwegs gescheit läuft. Bei den minimalen Voraussetzungen ist es der Intel i5 am 2500K auf 3,3 GHz und empfohlen wird eine Nvidia GTX 660. Damit läuft das Spiel gerade eben. Dann gibt es noch sowas wie die empfohlenen Systemvoraussetzungen und das sind hier eben ein i7 3370 auf 3,4 GHz sowie eine GTX 770 wird da empfohlen, damit das Spiel gescheit läuft. Das sind nicht die maximalen Voraussetzungen, die werden in der Regel nie bekannt gegeben. Also es wird nie sowas gesagt wie, ey, wenn es auf Ultra in der vollen Auflösung laufen soll, braucht ihr das oder das. Aber jetzt habt ihr zumindest mal die minimalen und die optimalen oder empfohlenen Systemvoraussetzungen. Bei Elder Scrolls Online ist man sich glaube ich bis heute nicht so ganz sicher, ob das Ding jetzt wirklich ein Hit war oder ob das doch eher so ein Flop war. Auf jeden Fall gibt es jetzt Neuigkeiten dazu und zwar hat Zenimax und Bethesda das 180-Tage-Abo aus dem Elder Scrolls Online-Shop gestrichen. Und falls euch das jetzt gar nicht sagen sollte, Elder Scrolls Online ist so ein Spiel, da kauft man das Spiel und dann kauft man sich die Spielzeit, die man online spielen kann. Und in der Regel gab es bisher drei Abo-Modelle, das waren 30 Tage, 90 Tage oder 180 Tage. Das bedeutet einfach, man kann sich für mehrere Monate in dieses Spiel einkaufen, wo man das in der Online-Welt erlebt und spielt. Und jetzt ist es so, dass man diese 180-Tage-Option gestrichen hat. Das könnte ganz gut ein Hinweis darauf sein, dass Elder Scrolls Online in Zukunft Free-to-Play sein wird und das lag auch immer schon mal in der Luft. Das passiert ganz häufig mit diesen Online-Spielen, wenn nicht erfolgreich genug sind, also wenn nicht genügend Leute in der Lage sind oder Bock drauf haben, das wirklich zu bezahlen, dass es dann Free-to-Play wird. Und jetzt könnte das ein Hinweis sein, dass es eventuell, ich sage jetzt mal in fünf oder sechs Monaten Free-to-Play wird, dass das fest eingeplant ist. Und deshalb haben sie das aktuelle 6-Monats-Abo gestrichen, also dass man jetzt nur noch drei Monate abonnieren kann, da es vielleicht in vier oder fünf Monaten Free-to-Play sein wird. Alles nur ein Gerücht, wer weiß das schon, schauen wir mal in einem halben Jahr weiter. Mini-YouTube-Nachricht am Rande, weil ich das vorhin auf mehreren Webseiten über Facebook gelesen habe, fand ich ganz informativ und ganz lustig. Und zwar, welche Dinge sind die Top 10, die auf YouTube gesucht wurden? Und das waren Musik, Minecraft, Filme, Frozen, Drake, Beyoncé, PewDiePie ist noch mit dabei auf Platz 8 und dann kommt noch Happy und Eminem. Sirius folgte knapp auf Platz 11, ist leider nicht mehr mit reingerutscht in die Liste. Metal Gear Solid 5 Ground Zero wäre der Tipp des Tages, insofern ihr Playstation 3 oder Playstation 4 Besitzer seid. Denn das Ganze gibt es im PSN Store, im Europa Store, aktuell für 5 Euro für die Playstation 3 und für 10 Euro für die Playstation 4. 10 Euro für eine Demo könnte man natürlich jetzt auch sagen, aber okay, ist schon ein ziemlicher Preisrabatt momentan. Und wenn ihr Playstation Plus Besitzer seid, bekommt ihr sogar nochmal 10 Euro Rabatt. Das bedeutet nicht 10 Euro, sondern 9 Euro. Ich persönlich habe es noch nicht gespielt. Das ganze Ding gibt es ja aktuell auch für den PC. Da hätte ich ganz gerne mal eure Meinung zu. Soll ich das mal anspielen? Soll ich das mal zeigen? Ich habe eigentlich keine Ahnung von der Metal Gear Solid Reihe. Bin aber eigentlich doch irgendwie so ein bisschen gespannt drauf. Kann ich mich nicht entscheiden? Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Spätestens im Februar wird es auch neue News geben zu Uncharted 4. Und zwar hat der Game Informer schon das Cover für den Februar veröffentlicht. Und darauf ist Nathan Drake, also der Hauptcharakter, den man immer spielt, veröffentlicht worden. Und angeblich soll das Spiel A Thief's Ant, mein TH ist furchtbar immer noch trotz USA-Besuch, oder? Drei Jahre nach dem letzten Teil spielen. Also momentan noch nicht so viele Infos, aber im Februar wissen wir auf jeden Fall mehr. Die Redakteure sollen angeblich eine Demo vorgespielt bekommen haben. Ich bin mal interessant, was es da zu berichten gibt. Und ich glaube auch, dass sich spätestens dann irgendwelche Neuigkeiten im Netz weiter verbreiten werden. Wie hoffentlich Trailer und irgendwie Inhalte, die sich rund um das Spiel drehen. Dead or Alive 5 ist glaube ich so ziemlich die einzigste Videospielreihe, die so richtig drauf scheißt, wenn es rund um das Thema Sexismus in Videospielen geht. Denn Brustphysik ist bei denen ja anscheinend so ziemlich das A und O. Und so haben sie jetzt auch nochmal zwei Bilder veröffentlicht. Die Poster zeigen, die es bei der Limited-Variante von Last Round dabei gibt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Entrüstungssturm auslösen wird, wenn ihr euch das ins Badezimmer hängen wollt. Bitteschön. Nächste Woche ist es dann soweit und es gibt neue DLC-Inhalte zu Assassin's Creed Unity. Und bevor jetzt der ein oder andere direkt wieder rummeckert, weil das Spiel vielleicht bei ihm etwas ruckelig lief. Also bei vielen Leuten lief es ja nicht sonderlich gut. Und da hat Ubisoft ja als Entschuldigung gesagt, den ersten DLC Dead Kings, den gibt es komplett umsonst. Ich hatte da irgendwann schon mal den Trailer zu hoch geladen. Ich finde, das Thema sieht richtig, richtig interessant aus. Falls ihr Besitzer eines Season Passes sein solltet, habe ich jetzt noch so im Kopf, dass man irgendein anderes Ubisoft-Spiel umsonst bekommt. Auf jeden Fall, ab dem 13. Januar geht es da mit Dead Kings weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Wir können noch mal ganz kurz bei Assassin's Creed bleiben. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass 2004 bekannt wurde, dass Ubisoft einen Film dazu drehen wird, der demnächst im Kino eurer Wahl erscheinen wird. Und zwar wird Michael Fassbender darin die Hauptfigur spielen. Vermutlich einen Assassin, denke ich jetzt mal. Und jetzt wurde der Release, sagt man Release-Datum bei Kinofilmen, der Kinostart wurde bekannt gegeben und angeblich soll es der 21. Dezember 2016 sein. Ist also noch ganz schön lange hin. Braucht man eigentlich gar nicht heute drüber reden. So, GTA 5 geht auch irgendwie immer mit rein, auch wenn es eigentlich nichts zu richten gibt. Man hat jetzt lediglich dies aber noch mal bestätigt, dass der 27. Januar der Release-Termin für die PC-Version bleibt. Und ohne Scheiß, ich habe ja lange drüber nachgedacht. Und ich habe auch immer als die Playstation 4 und die Xbox One-Variante erschienen, jetzt habe ich immer gesagt, ja hey, warum soll ich das Spiel noch mal spielen? Aber jetzt für den PC habe ich eigentlich doch noch mal Bock drauf, gerade aus der Ego-Perspektive zu spielen. Also ab dem 27. Januar bin ich in GTA 5 zu finden. Ja, last but not least hat Tony Hawk noch bekannt gegeben, dass im Laufe des Jahres ein neues Skateboard-Spiel von ihm rauskommen wird. Und ja, Activision hat ja eigentlich die Tony Hawk-Serie so ziemlich von Baum gesetzt, oder nicht? Also wenn ich mal überlege, was Activision überhaupt schon alles vor den Baum gesetzt hat, außer Call of Duty, was immer noch läuft, ja. Also mit Guitar Hero und Tony Hawk hatten sie eigentlich mal so richtig zwei große Zugpferde, die absolut platt gemacht wurden. Wundert mich, dass da jetzt noch mal ein Teil zu rauskommt. Ich würde der Serie, die auch so ein bisschen, wie ich finde, so Oldschool-Feeling so ans Herz bringt, ich drücke der Serie auf jeden Fall die Daumen, dass es noch mal was wird. So, das war es auf jeden Fall schon wieder mit den Daily News für heute. Mein Name war Sirius und wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr mir helfen wollt, oder überhaupt, wenn ihr Bock drauf habt, die Daily News zu supporten und weiterhin zu sehen, dann könnt ihr jetzt gerne ein oder teilweise zwei Daumen nach oben drücken, je nachdem was geht. Viele denken ja immer, das wäre eine Abo-Bettelei, aber es ist einfach immens wichtig für so ein Video, was für ein sehr spezielles Publikum gedreht ist, dass das einfach Feedback von euch bekommt, damit dieses Format weiterhin so bestehen kann. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Unterstützung, bis zum nächsten Mal und haut rein!